Der Stefan, der Sicherheitsfanatiker und jetzt ist gerade Grillsaison, der hat ganz tolle Geräte im Garten stehen und die werde ich mir jetzt holen. Das gibt es doch gar nicht. Wie hat der den denn gesichert? Ich habe doch gar keinen Kontakt gesehen. Aber egal Stefan, Junge, alter Sicherheitsfanatiker. Ich will mir deinen Grill schon holen. Das ist ein guter Grill. Das gibt es doch gar nicht. Ich kann ja nicht so gut gesichert sein. Ich sehe gar keinen Sensor. Ich habe gar keinen Kontakt dran hier. Günstige Gelegenheit. Günstige Gelegenheit.